Hallo, heute sind wir bei Fia Capau und Riding Dinner. Musik Seit Beginn des Jahres ist es ja auch so, dass unsere vier Ackerpferde gemeinsam mit Pferden aus anderen Betrieben Teil einer umfassenden Hitzestudie der Veterinärmedizinischen Universität aus Wien sind. Das bedeutet, mehrmals die Woche kommen die Damen und Herren der VetMed Uni Wien zu uns und nehmen oder messen alle möglichen wichtigen Daten von unseren Pferden hier in der Früh. Das bedeutet, hier wird Puls gemessen, Körpertemperatur und etwaige andere Merkmale, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt im Verhalten der Pferde und so weiter. Es wird die Lufttemperatur gemessen mit allen dazugehörigen Metrigen und das passiert hier eben in der Früh im Stall und später auch dann immer zur heißesten Zeit des Tages, also nachmittags in der Innenstadt. Da werden alle Pferde dann dort noch einmal kontrolliert und wird noch einmal alles genauso gemessen wie in der Früh. Und wir rechnen mit ersten Zwischenergebnissen Richtung Herbst hin und ich glaube, das vollkommene Ende der Studie ist dann mit Ende des Jahres anberaumt und nächstes Jahr wird es dann sozusagen das Resultat geben. Ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Es wird hier wirklich viel gemessen, genau gearbeitet. Ich hätte es fast noch vergessen, es wird auch die Schweißbildung gemessen bei den Pferden. Und so werden wir dann also wirklich hoffentlich ein wissenschaftliches, valides Ergebnis bekommen, welche Pferde mit wie viel Hitze und mit welchen Temperaturen auch umgehen können. Und ich erhoffe mir aus dieser Studie dann einfach eine adäquate Diskussion, wenn wir dann auch Richtung Politik schauen und dass nicht einfach Dinge willkürlich beschlossen werden, so wie diese 35 Grad Regelung, die wir aktuell haben, sondern dass das dann in den nächsten Gesetzesentwürfen alles auf wissenschaftlicher Basis aufbaut. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Pferde mit der Hitze entsprechend gut umgehen können bei uns. Wir haben hier gesunde Pferde, wir haben hier Pferde im besten Alter, wir haben Pferderassen, die auch ursprünglich aus dieser Klimazone kommen oder schon sehr lange hier gezüchtet sind. Und das sind natürlich alles Indikatoren dafür, dass ein Pferd an und für sich, insofern es eben gesund ist, auch an heißen Tagen kein Problem haben sollte. Dadurch, dass wir eben auch keine Höchstleistung bringen, genug Pausen haben, genug Möglichkeiten haben, die Pferde zu tränken. Das ist nur meine persönliche Vermutung. Am Ende des Tages ist es völlig egal, was ich glaube und was alle anderen glauben. Wir werden dann eine aktuelle Studie haben unter aktuellen klimatischen Voraussetzungen mit den aktuellen Pferden und entsprechend ein aktuelles Ergebnis bekommen. Das ist nur meine persönliche Voraussetzungen mit den aktuellen Pferden und den aktuellen Pferden. Das ist nur meine persönliche Voraussetzungen mit den aktuellen Pferden und den aktuellen Pferden. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.